Okay, das Kaktus ist in realen Leben und das Schild. Sie sind hier! Nein! Oh. Hoppala. Sie ist wohl gestorben. Das ist weirrt. Machen wir es halt nochmal. So strange. Es ist wie eine exakte Kopie. Oder ist es? Es scheint nur ein bisschen... ...off. Huh. Das Kaktus ist nicht in der Schild. Laufen wir mal zu dem Kaktus. Ich hoffe, du hast eine Idee, was nächstes kommt. ...auf ins Wasser. Ich sehe Wasser. Wir können auf das. ...auf das. ... 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 Herr Schreck, schauen wir uns über den secreten Lab. Ich hoffe, dass jeder da kann uns helfen. Es wird helfen, Petra und Lukas zu viel leichter, wenn es etwas in diesem secreten Lab gibt. Selbst wenn diese Frau's Lab ist ein Buss, aber wir lernen nur über Wasser, die die Palme zu verabschieden. Das sieht super gut aus. Ich freue mich, dass du einen positiven Ausdruck hast, insofern unsere Veränderungen. Ich muss sagen, diese Frau ist die größte Person von heute. Ich bin noch nicht ganz sicher, was du von ihr machen kannst. Sie hat uns zumindest geholfen, oder? Sie hat uns zumindest geholfen, oder? Aber, mit meiner eigenen Geschichte, bin ich bereit, dass ich ihr den Vorteil der Gefühle. Hey, sie hat definitiv geholfen, aus einem tiefsten Ort. Das macht sie cool in meinem Buch. Wahrscheinlich. Wenn sie nicht in die Zeit, hätten wir diese Gespräche nicht mehr haben. Ich würde mich nicht mehr interessieren, zu wissen, dass du sie besser kennst. Ich bin froh, dass du Kredite gewonnen hast. Was hörst du? Es war nichts. Uh-huh. Blonde Typ hat dich Jesse, oder? Ja, und das ist Ivor. Unsere Freunde, die wir zurückgezogen haben, sind Petra und Lukas. Und du bist... Du kannst mich Harper nennen. Du kannst auch erklären, warum du Palmers Hände direkt zu meinem secreten Lauf. Es scheint mir zu mir, dass ich eine ganze Menge wunderschöne, computer-controlled Launcher da draußen warten, um die neue Hände in meinem Lauf. Das ist nicht mein Fehler. Ja, das ist mein Fehler. Sorry about that. Uh-huh. Ich werde sicher, dass ich das Sorry für Schutz benutze, wenn dieser verrückte Computer auf meine Tür knackt. Was machst du in dieser Welt? Nein. Du bist hier zu versuchen, zu holen meine secrets? Was? Nein! Ich habe nur versucht, zu fragen, besser sicher, als sorry, und so. Ein paar von dir sind die ersten Leute, die ich gesehen habe, aus der Portal Network in der Zeit. Also, du musst mich entschuldigen, wenn es mich ein bisschen... anziesisch macht. Hast du uns spiert, oder was? Nein. Ich weiß nur, wo die Portal Network spits die Leute raus. Und ich habe dich nie gesehen, also... Logisch. Du kennst das viel, wie diese Portal Network operates? Ich denke, so. Ich helfe, die verdammte Sache. Aber das würde dich ein altes Bünder machen. Ich habe vergessen, dass die Leute uns das genannt haben. Das war nie mein Lieblingsnamen. Das klingt mir, wie eine Art Lebensstatue. Ich kann nur... Ich kann nur... Ich kann nur... Ich kann nur... Wenn du ein altes Bünder helfen kannst, kannst du meine Freunde frei von Palma? Ich bin Angst, dass das jetzt ein bisschen aus meiner Abhängigkeit ist. Palma ist einfach zu körperlich. Und außerdem, es gibt eigentlich kein Exitportal zurück zu der Portal Network. von dieser Welt. Was? Warum nicht? Ich zerstörte es, damit Palma nicht frei sein konnte. Es war impulsiv, aber es war die einzige Möglichkeit, die ich zu denken, dass Palma nicht versuchte an andere Welt. Was ist das? 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 Es ist... ...zurex. Schauen wir mal. Ja? Happy to help, friend. Thanks. See? I needed a way to confuse Palma in case it ever found a way down here. That's why all this is way more complicated than it used to be. Wow. What a builder. Make sure you don't drool on my floor now. So you know about Palma's weakness to water then? Yeah, I do. I'll admit you figured it out way faster than I did though. Once Palma caught on to its weakness to water, it started eliminating as much of this world's water as it could find. This water down here? It might be all that's left. Oh no! I still need to activate the other cauldrons! Hold them off to buy me more time! Okay. And whatever you do, don't get caught. I'm not about to get left alone again. Jetzt müssen wir die aufhalten. Jetzt müssen wir die aufhalten. You could have made this much easier for yourself. It is useless to defy us. You only delay the inevitable. Get out of their heads, Palma! Your friends have been made useful. You too will be made useful. Don't do this, Petra, please! I know all your moves now, Jessie. Why even bother fighting? Petra, please! You have to fight it! There! Lucas, let's try and fuck this out! It's time for talking over! End of the mind, Jessie! End of the mind, Jessie! Petra kann besser helfen. Erstmal aufheben. Jetzt haben wir ein Problem. Sie haben einen von den alten Bauern. Ich erinnere es mehr klar, wenn Sie mich brauchen. Es war so strange. Sharing andere Menschen's senses, und Gedanken und Erinnerungen bei der gleichen Zeit. Wie fühlst du dich? Ah, ziemlich schrecklich. Aber ich werde es überlegen. Danke für die Frage. Du wirst. Okay, wir sind vielleicht unten, aber wir sind nicht raus. Harper hat gesagt, uns zu finden, die Hände zu finden. Wir müssen einfach herausfinden, was es ist, bevor Palma schießt Harper und beginnt zu downloaden, die Hände. Was ist so wichtig, über diese Harper-Person? Sie vielleicht kamen wie eine andere Weirder, aber sie ist eigentlich ein alten Builder. Sie hat die Portal-Network entwickelt, das bedeutet, dass sie uns helfen können. Das ist ein guter Grund, um jemanden zu retten. Wir werden arbeiten mit ihr, um Palma zu schützen, um sie zu retten, um sie zu retten. Und das wird, um Lucas zu retten. Whoa! Das ist wahr, dass sie zu retten, Harper hat mir das gegeben. Sie hat mir gesagt, dass sie das zu retten, dass sie mir das zu retten. Und das? Das ist das Hände zu retten? Das ist das, was sie gesagt hat. Jesse, sind Sie sicher, Harper hat, du hast, du hast, du hast, komplett verloren? Wenn Leute bei ihnen für einen langen Zeit lang, ist es schlecht für ihre Hilfe. Harper ist nicht verrückt, sie ist einfach... ...eccentric. Most geniuses sind. True. Very true. Let's cut her a break, okay? She may have built this place a little weird, aber ich glaube, wir sollten sie nicht zu retten. Especially, wenn wir sie brauchen, Hilfe zu retten, um alle zu retten, die durch Palma wurde. Good point. Right now, wir müssen uns auf den Kopf befinden, auf den Kopf zu finden. Zum Start, schauen wir uns, wer Harry ist, und warum er Blätter will. Ich glaube, Harry steht rechts neben uns. A little weird. Good morning, Orber. It is Harry. It is always so good to see you. You should not let yourself feel guilty. You had the best of intentions. You are like a flower in the desert and bring joy to those who have none. Okay. Ich sag doch, dass es Harry ist. Here you go, Harry. Nice. Looks like I'm on the right track. Da haben wir ein Crafting Table. Was sind wir hier sonst noch? Prototype, Autonomous, Management, Agent? Passo. That's what Palma means. They look so happy. Hello, Harper. I had to do this shit. Is my... Be an racist thing. His will be. Is Greg.